Was ist der Rasenmäher-Geschicklichkeitswettbewerb? In Markt St. Martin zeigte man uns, dass man mit einem Rasenmäher mehr kann als nur den Rasenmähen. Dass es dabei auch noch recht lustig zuging, sehen Sie jetzt. Ein außergewöhnlicher Bewerb fand in Markt St. Martin am Wochenende statt. Ein Rasenmäher-Geschicklichkeitswettbewerb wurde zur großen Gaudi der Zuseher ausgetragen. Selbst die Jüngsten trainierten schon fleißig für das nächste Rennen. Wie kam man auf diese Idee? Das ist aus einer Jux-Idee entstanden. Da wollte einmal ein paar Jungs was machen mit Traktoren. Und da ist das entstanden einfach aus einer Jux-Idee. Das ist ein super Event geworden. Inzwischen haben wir ein Rennen gehabt, internationale Rennen. Heuer leider nicht. Heuer ist die Leitversion vom Rennen eben auch Geschicklichkeitsfahren. Und zum wievielten Mal findet das halt statt? Ja, das war jetzt ein Gache, ich glaube zum fünften Mal. Und dann gibt es das Geschicklichkeitsfahren und dann das legendäre und vielleicht das erste Mal in St. Martin das Misscure-Rennen-Champ-of-Boslachrom. Bitte, Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Voller Enthusiasmus und verbissen kämpften die Teilnehmer bei dem spannenden Rennen um jede Sekunde. Auch die Damen bewiesen ihr Geschick und mischten tatkräftig mit. Galt es doch der Männerwelt zu zeigen, dass Rasenmähen durchaus auch Frauensache sein kann. Auch wenn es bei so manchen für den großen Sieg letztlich nicht reichte, galt doch das Motto. Dabei sein ist alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017